Ein Selfie von der Copacabana, ein Post aus der Hotelbar. Auch auf Reisen nutzen deutsche Urlauber Facebook und Co. Doch Vorsicht, unter Umständen sehen nicht nur Freunde und Bekannte, wo Urlauber sich gerade aufhalten. Antonio Gelardi, IT-Sicherheitsexperte von Cosmos Direct, rät deshalb, niemals private Daten wie den Wohnort in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Urlauber sollten außerdem ihre Sicherheitseinstellungen überprüfen und die Angabe des Aufenthaltsorts noch vor der Abreise deaktivieren. Der Grund? Suchmaschinen wie Google passen Änderungen oft zeitverzögert an, sodass das persönliche Profil noch einige Tage danach im Netz sichtbar ist.